John macht sich schon frühmorgens Gedanken über die Wochenaufgabe. Ansonsten habe ich auch so das Gefühl, dass die Wochenaufgabe die Gruppe jetzt gerade mal so für eine kurze Zeit ein bisschen in zwei Teile gespalten hat. Und da hoffe ich natürlich auch, dass sich das nach Erledigung dieser Aufgabe wieder normalisiert und nicht, dass diese zwei Gruppen irgendwie bleiben und dann irgendwie jeder in seiner Gruppe bleibt und untereinander nicht mehr richtig miteinander klar zu kommen ist oder einfach aneinander vorbeigelebt wird, wie der im Augenblick der Fall ist. Haben wir die Stadt im Sack? Noch zweieinhalb. Go, Kerstin. Beiß, Kerstin. 2,4. Durchschnittsgeschwindigkeit? 46,9. 49, 58, 44, 52, 6. München nehmen wir wieder. Mit seinen Rollen. Mit seinem Opa. Nachtzug. Beißer. Nacht zwei. Beiß dich durch. Schon cool, wenn du auf so einer hohen Kilometer-Zart hier hast du so anstrengend. Doch, immer noch mal voll durchgefahren. Nein, bist ja nicht. Bist du mal zu? Sehr gut. Noch 1,5. Jetzt tue ich mich noch ein bisschen auswirken. Auf 35. Oh, das ist ja voll bequem hier. Oh, das ist was nett. 770. Oh. Ich lasse jetzt meinen Stuhl frei hier. Dein Handy. Hilfe. Da geht man wie auf Eiern nachher, finde ich. Jetzt kommt die Belohnung, der Eintrag. 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 Was hältst du denn von so Waldorfschulen? Finde ich ganz gut. Mein Bruder war im Waldorf-Kindergarten und da hatten meine Eltern auch überlegt, ob er in die Waldorfschule geht, aber dann sind wir umgezogen und dann war irgendwie keiner in der Nähe oder sowas. Was ist denn die Waldorfschule? Da hast du keinen festen Lehrstoff, da gibt es auch keine Noten, da gibt es keine Zeugnisse und so. Und da gehören auch Sachen dazu wie Theater, Spielen und so. Das ist einfach ein alternatives Schulsystem und es ist viel künstlerischer angehaucht und es ist viel lernmotivierender angehaucht auf einer Interessensbasis anstatt auf einer Notenbasis. Was für eine Schule geht deine Tochter? Eine normale Grundschule. Grundschule ist aber auch noch voll okay finde ich, also das hat mir immer noch Spaß gemacht. Die ist ja sehr gut, die hat jetzt Zollensil gekriegt, waren sieben Einsen, zwei Zweien. Ja super. Die wird wahrscheinlich auch aufs Gymnasium gehen, denke ich mir mal, wenn sie sich jetzt nicht rapide verschlechtert. Und da sind keine viereckigen Kästen wie sonst die Schulen, die sind total aus Holz gebaut und auf dem Dach ist Gras und so. Und die Kitzel sind meistens ein bisschen chaotisch. Aber lustig, interessant und oft auch freier finde ich, freier oft auch. Ja, ich habe schon mal so einen Radiobericht darüber gehört, da hatten sie Schüler interviewt. Also die früher auf einer Waldorfschule waren und jetzt voll im Berufsleben stehen, haben sie interviewt, wie das denn bekommen ist, diese Schule. Die waren alle total begeistert, die da drauf waren. Die Bewohner sprechen über Jonah. Und man muss Kompromisse eingehen können. Kann ich immer auf seinen Standpunkt beharren. Wie gestern das fand ich absolut Witz. Wie gesagt, ja der wollte, dass ich dann koche. Der hat umsonst bei dem gewohnt und alles. Das weißt du? Ich gebe Verständnis für. Ja? Kann sie sich doch wo mal eine Stunde hinstellen und kochen. Vielleicht meinte sie das aber so, dass er das ständig von ihr verlangte. Ja, aber er hat doch gar nicht viel, da was für sie getan hat. Ja, ganz genau. Ja gut, aber ich weiß nicht, wenn ich mich in ihrer... Ich weiß nicht, also wenn ich... Guck mal, ich habe auch eine Zeit lang bei meinem Freund praktisch umsonst gewohnt, da wo es mir richtig dreckig ging. Und ich habe mich auch nicht hingestellt und für den gekocht. Aber der hat das auch nicht... Das macht man doch schon von sich aus, finde ich. Ja mal, aber nicht, dass es nachher so wird, dass er sagt, so jetzt will ich was haben, weißt du? Das fetzt dann auch nicht, das würde ich blöd finden. Das sind die was komplexer. Ja, ganz genau. Weißt du, wenn meine Freundin mir sagt, oh, machst du mir was zu essen, dann mache ich das natürlich auch liebend gerne. Siehste, das meinte ich ja. Wenn meine Freundin zu mir sagt, Schatz, holst du mir unten ein Eis oder irgendwas. Das ist ja auch ein ganz anderer Ton. Aber es könnte ja auch sein, dass sie gemeint hat, äh... Äh, ne, ich habe das schon registriert, wie der es gemeint hat. Aber ich... Also ich habe da schon verstanden, was sie meinte. Denn er hat sich, glaube ich, einfach dann von der anderen Seite gezeigt. So von wegen, komm, jetzt koch mal. Vielleicht hat sie das aber auch nur so... Vielleicht hat sie das aber auch nur so aufgefasst. Also bei den Italienern kann ich mir schon vorstellen, was sie meinte. Ja gut, aber das danach habe ich nicht kapiert. Von wegen, wir können uns ja mit was? Mit Energie? Energieaustausch, irgendwas. Hier, hier. Oh, ey. Ich habe auch gestern im Sprechzimmer, glaube ich, gesagt, dass ich... Zum Anfang habe ich gesagt, ich finde, dass sie gut reinpasst und dass wir noch viel Spaß haben. Absolut überhaupt nicht. Und gestern habe ich gesagt, ähm... Gar nicht. Dass sie... Denke ich, zu jung ist. Für uns. Ja, irgendwie, das... Die kommt aus einer anderen Welt, finde ich. Ich finde das auch... Sollte ich vielleicht noch mal sagen? Ich finde das auch nicht unbedingt gut, dass sie aus Sizilien kommt. Weil ich finde, das ist ein Deutschlandprojekt. Also, weißt du, in Holland sind Holländer, in Deutschland sind so Deutsche. Also nicht, dass ich jetzt irgendwas gegen... Ich meine, sie spricht Deutsch, ne? Woher kommt das eigentlich? Hat sie einen deutschen Vater? Na klar. Achso. Hat einen deutschen Vater. Also ein älter Teil Deutsch, ein älter Teil. Ich habe gedacht, die ist da geboren worden. Doch, geboren schon. Doch, die ist doch geboren, ne? Dort geboren, die reingekommen. Ja, aber die haben hier gelebt. Aber sie hat die meiste Zeit hier gelebt. Ja, richtig. Ja, und die Eltern, die leben ja auch hier irgendwo in... Wo? Räumscheid. Räumscheid. Ja, dann ist das was anderes. Ja, dann bin ich sowieso bei der Lady. Ja, da bin ich ganz ehrlich. Wie nicht einige von uns benennen. Da nenne ich die. Da bin ich ganz ehrlich. Ja. Vielen Dank.